Hallo, lasst mir meine Freude zu spielen mit euch ein weiteres Mal! Äh... ...Joy, Enjoyment, was auch immer. Äh... Es geht weiter tiefer in den Abgrund der Skeletis rein. Aber das wisst ihr, glaub ich, auch so schon. Jupp. Äh... Ja... Erwähnen muss man es nicht, außer ihr schaltet rein, nachdem ihr Planung 17 Folgen oder so verfasst habt. Dann wisst ihr ja jetzt, was jetzt kommt. Oh, heilig. Ja... ...Katakom... Come on, come at me, bro! I'm gonna... ...kill you... ...hide you... ...I'm gonna break your muscles! Ui... ...hide du dich selbst umbringst, ne? Nein! Mann! Das klappt jetzt nicht so gut. Okay, das klappt jetzt überhaupt nicht. Okay... ...rückzug... ...drei... ...drei... ...na... ...wow! ... 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 die truppen ganz schön oft das normal ich habe meine gut verloren merke ich gerade die sollte ich vielleicht aktivieren nicht dass ich einen saft oder sogar passe npc natürlich gut ja 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 benutzen das heilt mich sogar war okay okay gut das sollte ich mir ein bürger und bb das wäre es kann was ich da machen nein ich kann nicht okay so geht es auch klingelingeling klingklingkling was macht er noch mal fähigkeiten sollte man fähigkeiten das war wie setzt sich Achja. Irgendwie so, ne? Ist das auch mit Schild? Nein, mit Schild ging das nicht. Okay. Hallo, ich bin hier. Ich weiß, du kannst mich nicht sehen, aber ich bin hier. Komm, yes, come to me. Was? Was? Ich wollte eine Rolle machen. Was? Jo, was? Danke. Jo, das kam unerwartet. Wow. Wow. Okay. Ich wusste gar nicht, dass die das können. Wer erwacht hier? Da. Ah. Okay. Nein. Gott. Oh. Oh. Double kill. Oh. 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 Wie ist das? Oh. 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 Das ist ja cool. Wie cool. Okay. Skletter sind die duftigsten Gegner. Aber auch die gefährlichsten Scheiben. Und die können parieren. Heilige. Warte. Warte. Da geht das mit dem Fälgchen. Oder wie die Knar- äh Knarge, würde ich sagen. Die Wache... Ne. Wirbelschla... Äh, Hieb. Okay. 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 Ich bin gleich wieder bei Wal-ку-Pui. Haben wir einen Pariermodus? Naja. Das war... ...nicht so geplant. Wow. Jetzt kam jetzt mal über 20,5 Teile von Kanzler. Oh. gut halt ne doch, ich muss eh da runter, ok halt, nein, nicht hier, da, nein da, die Treppe, runter, runter runter, runter, boom boah, es geht, ok hallo hallo yay die Nase juckt nein, nicht jetzt, bitte bloß nicht jetzt ich wollte die Rollhote sehen ok nein, einen Sprungangriff wollte ich machen, genau oh oh das ist uncool jetzt ich hab einen Tritt gemacht mhm dies dies ist spa, nein dies ist Nordstreck baa na, sie juckt wie ist das? äh oh so, wen zuerst, wen, wohin ich hab zu jucken, ich hab dich doch gerade äh, nö äh ah juh juh komm her oh, ich hätte blocken sollen das war daneben das war daneben das war sowas von daneben juhl juhl titanitscherbe es wird rot mann 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 ich brauche etwas mit mehr wumms wenn ich die schneller fertig machen will jetzt kommst du da genau es ist ein squee jump ja nein ja nein ach der geht zurück guter die nicht hello Das war daneben. Ich glaub's nicht, mein Schwert war zu kurz. Nein! Was? Oh! Nein! Das war ja dumm und dewig. Das gibt's doch gar nicht. Oh, warte mal, hab ich nicht so einen Ring? Oh, stimmt. Ich hatte doch so einen Ring. So einen Antiblutungsring. Ah, jetzt hab ich die... Ah, ich hab das Ding schon wieder verloren, ja? Die Blut. Verdammt. Bei mir verbraucht man Fähigkeiten. Nein. Hier, erhöht Blutungsresistenz. Genau. Der Ring mit Biss. Ah, die Glut. Ach, Mann. Die gute Glut. Ach komm, ich hab... Ich hab ja noch... Ich hab ja noch... ...18 Stück. Warum nicht? Yeah! Eins. Ich hab ja noch... Ja, das Katakom... ... und hab ja noch... ... ... You dare to approach me. Ich hab dich vergessen. Ich hab dich ernsthaft vergessen. Okay, das war eher Glück als Verstand. Pass, das hat nichts gebracht. Nein, nein, nein. Böse, böse, pui, pui. Mann, mach einen Tritt, Junge. Was aber, wenn ich... Yeah. Nice. So. Ach, die Nahrung, die macht mich fertig. So. Mois. So. Ist das da unten eigentlich ein Shortcut? Häää. Tatsache. Oh, jo. Da muss ich einfach meine Seelen jetzt holen. Okay. Genau ist der 18. 14. Ah ja. Ah ja. I forgot about it. Yes. No, 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 no. Geblockt Beat. Hehehe. So. Who is next? You are. Come on. Come here to me. 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 Na, komm, 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 komm. Ich wollte wieder eine Rolle machen, aber okay. Voll. Ach, du hast noch überlebt. Das war ja cool, ich hab den halbiert. Das war ja voll cool. Do re me no patene. So, gut. Ich muss runter, ne? Aber nicht, dass die da oben auch nicht runterspringen. Ey. Ey. Das schwert, ne? Ich muss vielleicht stechen. Ich sollte vielleicht lieber stechen. So, wo sind die Seelen? Ja. Etwas weiter unten. So, where are my souls? Da. Okay, das war nix. Mit nem Speer wär das ganz anders. So. Wo ist der eine Pap... Au. Muss ich den herlocken, ne? Messer! Mann! 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 das ist doch nicht die mann wer hat mich doch erwischt gleich namen dann wieder titanitschein wofür sind die noch mal gut ich hab's vergessen seelen ja damit erst dankeschön ich hab's richtig gehört ich glaub's ja nicht was was woher was zur hölle was ist das denn jetzt das ist einfach eine kugel blut hey ein hoch auf meine speitersinne bei der freundin was zur hölle ja komm interna jones noch oder was genau die 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 wir sind kein n Alexander yo und sie Tut mir leid. Es wurde gecancelt. Was war denn das? Aber warum? Och Mann. Okay, diesmal nehmen wir die Abglut. Ah, schon wieder die Glut verloren. Meine Güte, ey. Ach komm. Was soll's? Nein, 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 nein. Ja, genau. Ich hab ja eine gerade bekommen. Ich habe die Kraft. Hallo, Skelepo. Bayblade. So. Oh, danke schön. Brand. Pfeil. Acht Stück. Neu. Wo ist das andere Skelett? Da. Ach. Ach, mein Arm lukt jetzt. Ah, 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 ah. So. Skelepo. Na, komm schon. Wie kann ich dich nehmen? Du bist da. Okay. Au. Wat? Okay. Ähm. Ähm. Wo verstärkt mein Tauber. Wo verstärkt mein Tauber. Verstärkt Wunder. Genau. Genau. � pool. Klingelingeling. Klingeling. Klingelingeling. Klingelingeling. So. Ok. Das war das? Nein, Mensch. Äh, wo war... Hier. Wie komme ich jetzt da ran? Der hat ja eine Scheinemachete. Wie triggere ich das Ding jetzt? Aber woher kam die Google her? Ja, da oben ist die Show. Okay, wenn das Ding weg ist... Oh. Oh. Hallo. Ach, der hat überlebt. Oh, sehr gut. Ich bin nur eine Statue. Ich bin gar nicht da. Da hat da jemanden, die küss, ne? Ach, egal. Ich gehe jetzt an. Ich nehme mal an, da die Kugel keine Leben hat, da ist die unzerstörbar. Jo, der hat ja wohl leuchtet auf. Äh. Okay. Hä? Okay. Reader sei mit dir, Bruder. Ist das gescriptet gewesen? Wie passt die Kugel eigentlich da durch? Wart mal. Ah, Hebelmechanismus. Alles klar. Lagerfeuer. Oh, yes, Bebel. Skelly? Hallo? Das macht ja wirklich nichts. Alter. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was zur Hölle? Au. Was zur Hölle? Au. Was zur Hölle? Das sind Kugeln, das Skelet sophphilfe nein, 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 nein nein, nein 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 아니� nein, 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 nein die sind ja nervig was sind das für Bomben ach du Heilige Hallo Bleib liegen Alter Das könnte nervig sein Aber da ist ein Lagerfeuer Ja Mann, Mann, Mann Ich dachte schon, ich verliere die Glut wieder Aber ist hier echt ein freundliches Skelett Au Nein Mann Die Dinger sind echt nervig Kann ich dem Hallo Bist du Freund Was ist denn mit dem Ich dachte schon mal, alles kaputt Ich wusste es Ich wusste es Also nein, ich wusste es nicht Aber ich dachte nur Ich wusste es nicht, dass hier eine Falle ist Mit Seelen oder so Das ist der Kies Typisch Dark Souls würde ich mal sagen Was? Okay Kommt da noch eine Kugel? Nein Nein Okay Das ist noch so ein Gut Nein Nein Da greift mich Ich greife mich aber nicht an Also weiß ich nicht Warum Ich Die Angreifen sollte Ist das eine Falle? Ist das eine Falle? Das ist eine Falle Alles klar Okay Okay Dann ist das da wieder eine Falle Nehme ich mal an Da mit dem Deckel Oder? Was war das? Das war die Kugel einfach Oder? Okay Ich war schon langsam paranoid Oha Das ist eine Falle Okay Dann muss man das in Dunkelseelen Oder Dunkelfalle Keine Ahnung Okay Aha Okay Das ist eine Falle Sehr gut Falle entwerft Hier ist keine Falle Okay Da ist eine Falle Stellt euch vor Die Dinger würden 50 Sekunden länger Oha Was? Übersehen Hab ich übersehen Da liegt ein Bruchstück Oh 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 Okay Okay Das wäre das Ach komm Nur um sicher zu sein Nicht das recht Ein Miniboss Kommt du durch Wie dieser Eismann In meinem Turm Wo ich dachte Das war nur ein Keller Oh 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 Ich wusste es Hier ist noch so ein Knopf Oder? Alter Mich kriegst du nicht so schnell Dark Souls Also so einfach mal nicht Was hast du für mich? Kartus Milchring? Was ist das? Die Geschicklichkeit leicht Und macht beim Rollen Unsichtbar Oh Komm den probiere ich mal aus Äh Ja Ah Geil Oh Der zieht mich Rolling Cool Das ist so ein halber Ring Wie aus Härte Ringe Nice Aber das war es hier Ne Okay Das ist nicht so cool Danke für den Ring Hoffentlich verrecke ich das nicht Aha Da ist ein Knopf Siehst du Oh Das ist nur einer oder? Nein Nein Es ist nicht nur einer Mann Immer wieder Immer wieder Nein Mann Ich habe doch eine Rolle gemacht Nein 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 Da, da wacht wieder auf. Nein, nein. Ich wollte ihn schnell killen. Okay, das ist ein etwas schwieriger Gegner. Ich hätte mich heilen sollen. Sofort. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber jetzt weiß ich Bescheid. Ich habe schon wieder eine Glut verloren. Eisenberg, verdammt. Ah. Komm, mach ihn mir. Näh. Ich war doch fast beim Leuchtfeuer. Mann. Katakomben von Klaus. Ach, ja. Oh. Da, da ist Tänkchen. Okay. Ja, du bist die Bedeutung. Hallo? Torime Utapao Maneki Torime 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 Ach, ja. Seite. Äh, ich meinte. Danke. Ach, da ist ja noch einer. So, heilen, 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 heilen. Sehr gut. Weg, 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 weg. So. And you are a deadline. Peace, peace, Barker. Oh. Da können wir schauen. Hello. Hallo Skellebro! Gut, jetzt bin ich wieder hier. Ich trinke mal. Ich heile. Doreme! Doreme! Utapau! Ah ja! Ah ja! Ich bring mich noch selber um. Ahhhh So Mir geht's gut 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 Noch nicht vergessen Oh Mann Was Uiuiui Hey Da hat auch was getroppt Dankeschön Achja Uiuiui So Wer erwacht hier Hat auch noch einen erwacht Oder Nein Hatte er Augen Hatte er eine leuchtende Aura Nein Hatte er Nein Nein So Who is next You are next Oh Du heilige Oh Du heilige Okay Das Oh du heilige Kann ich einen locken Einer von beiden Hat roten Augen Okay Beide haben Rote Augen Du da Komm 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 Yes Wo geht auf Dankeschön Jetzt Warten Kontrollieren Nein Nein Okay Jetzt Du da Du da Du da Na komm her Ich mache Alles Ich habe Ah Oh Ich habe Ich habe Ich habe Oh. Nein. Nein, nein. Oh, mein Himmel. Schnell, schnell, trinken, trinken. Vielleicht steht er wieder auf. Ach nein, da hat er zugegeben. Dankeschön. Okay, warte mal. Alles klar. Ein Knopf. Große Seele eines unbekannten Reisenden. So viele Knochen hier, ne? Ich erwarte dort... Da ist ein Loch. Oh, das ist fies. Was war das? Was war das? Was ist das? Okay. Gut. Was war das? Da ist ein Skelett mit einem Rad. Alles klar. Okay. Hier ist nix. Okay. Oh. Oh, hallo. Hä? Ach okay, nee. Ich war gerade irritiert. Guck. Oh, das tut mich kurz. Ich ziehe da nicht. Aber danke schön. Äh... Da. Okay. Yes. 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 Okay. Ah. Was? Yes, please. Das war's mit dieser Aufnahme. Ich würde sagen, das ist ein guter Moment, um Schluss zu machen. Oh, wir haben es geschafft. Wir sind weiter vorgedrungen und haben ein Leuchtfeuer entdeckt. Also dann, äh, bis zur nächsten Folge. Habt Spaß, genießt, äh, den restlichen Tag und tschüss. Danke fürs Zuschauen.